hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück sowie happy view hier immer noch bei der distillerie und ich soll jetzt noch fünf histoplasma pilze finden ich weiß nicht genau was das für pilze sind aber ich kriege da schon was vorgegeben deswegen würde ich mich einfach mal auf den weg dahin machen und dann gucken wir doch mal dass wir hier heute ein bisschen weiter schwarz brennen und gucken was dabei rauskommt beim letzten mal hatte ich ja schon glaube ich zucker hinzugefügt und das sieht mir nicht gesund aus guck mal ob ich da vielleicht anders ran komme sehr wahrscheinlich nicht jeder sieht ja alles ganz zu aus ja nee dann kann ich nur durchrennen okay ich habe auch kein schaden zu kriegen was soll die von dem nehmen oh gott einer zwei erzählen das schon als fünf egal dann nehme ich doch lieber ein paar mehr mit hier ist noch einer ich nehme trotzdem mal fünf mit weil fünf ist für mich fünf jetzt habe ich schon sechs auf jeden fall habe ich einen mehr als ich brauche vielleicht auch später mal ein egal jedenfalls gucken jetzt mal was da dabei herum kommt also ich soll die zum fass mit der blumen weiche hinzufügen okay hier und einmal ein den rein und den waren nur drei die hitze des ofens soll ich reduzieren wo war hier cool okay wieder am rädchen drehen wasserfluss verringern eigenartigen alkohol sammeln jetzt muss ich gucken verhelfe glasche ohne das reicht so okay ach so mhm aha das guck ich schon ach nee das ist ganz weg okay ich dachte das wäre jetzt hier was habe ich denn hier jetzt zusammen gebraut das ist kein wundbenzin ich gehe mal auf all eigenartiger alkohol das ist dasselbe zeug das oli macht macht betrunken und gewährt ein ein high das einfach toll ist freilich hat für kurze zeit den ausdauer verbrauch beim sprinten verursacht betrunkenheit nehm ich mir doch direkt noch ein mit ich glaube wenn ich drei habe ist okay ich schätze mal ich kann jederzeit zurück so wie ich auch immer noch in die alten gebiete komme wie viel flaschen habe ich denn noch ich da sollte ich halt auch aufpassen dass ich nicht da was komme ich mal wieder auf 15 und gut ist okay dann haben wir das auch geschafft dann werde ich jetzt mal gucken das ist die brücke nach parade oder genau ich soll diesen einmal besorgen ich kann mir vielleicht vorstellen dass hier vielleicht noch einer drin ist aber das hat ja nichts zu heißen das kann ja auch an einem ganz seltsamen ort sein das weiß man ja nie und ich weiß auch ach genau stimmt jetzt weiß ich es wieder ich bin doch hinten reingegangen muss ich mal gerade gucken ich glaube das ging ja zuletzt nicht diesen einmal brauche ich unbedingt wie lange ich da jetzt schon nach suche da komme ich nicht rum okay aber keiner drin scheint mir so das wäre ich doch bestimmt schon entdeckt worden egal gucken wir doch einfach mal aha verstehe da aller abschied tut weh ach so ja ich verstehe wo ich hier bin hier war ich doch mit ollie ich hätte mal komm ich schlafen ohne 20 stunden schlafen ich hätte mal dass ich da gar nicht mehr reinkommen weil das ja irgendwie ähm wie heißt es weil das irgendwie alles gescriptet war und teil der hauptmission war und deswegen schätze ich mal dass ich da nicht mehr reinkommen es sei denn ich habe irgendeinen ausgang vergessen wo ich zurück kam und wieder rein könnte aber stellt sich alles noch heraus jedenfalls muss ich diesen einmal finden oder noch eine andere aufgabe na gut na gut ich zeig sie mir hier was an das macht das ist hier bergmann und sowas grabungsstelle das wasser molitenspender hier könnte ich vielleicht noch fündig werden da habe ich auch nicht viel entdeckt ist ja alles noch ziemlich noch alles ziemlich unentdeckt recht noch mal schnell darüber und dann gucke ich mal beziehungsweise ich könnte mir ja mal einen wegpunkt machen irgendwie hier so hin ja hier ein restaurant mhm bitte mich weiter ähm mhm mhm ah jetzt ok gut hier habe ich ja alles durchsucht hier habe ich keinen einmal gefunden oder ist das radio also hier kann ich mich nicht daran erinnern wie ein eimer war aber hier das kriegt ne das kriegt auch nicht auf oh nicht hey ich habe ja doch was übersehen soll ich nochmal schnell gucken hier zumindest auf diesem turm zweifelt aber stark ich glaube ich habe hier hä ach egal lass ich es ich will jetzt unbedingt da hinten rüber ein bisschen entdecken oh ok hier darf ich wieder rumlaufen wie ich will und ich glaube sprinten auch das juckt hier reichlich wenig hoi und jetzt mal schön hier durch die blumen ho 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 das ist mein punkt oder ist das mein punkt das ist mein punkt das hat keinen namen was da kann ich auch nichts mit machen ich muss mal gucken ob diese pflanzen die ich hier gefunden habe ob ich damit heilmittel machen kann und falls ja dann ich das spiel ja mehr oder weniger vor dass man hier wirklich auch immer hin und her rennt achso jetzt weiß ich genau jetzt weiß ich wieder was das restaurant war oh oh was war denn hier ach der schutzraum ähm das restaurant war diesem einen den ich da raus geholfen habe was dann auf einmal sich verwandelt hat und wieder richtig schön aussah naja genau der schutzraum da muss ich aber jetzt nicht rein wird vielleicht mal die musik da ausmachen die ist echt irgendwie sehr unberuhigend ach schade ich dachte ich kann euch mitnehmen aber euch kann ich mitnehmen die johannisbeeren hier ist wieder diese schöne musik die ich so toll finde ich muss den punkt mal weg kann ich ja nicht drüber laufen oh bien äh mit denen lege ich mich erstmal nicht an hm habe ich hier eigentlich muss ich mal gerade gucken naja hatte ich alles hoch gestellt muss ich ja natürlich machen ne muss ich natürlich alles auskosten was geht vogelbeere hier ist noch eine und da ist noch eine alles mit vielleicht finde ich auch hier einen eimer zumal der hier auch echt gut ausgerüstet war ich glaube der ist ja auch jetzt weiter gezogen ne quatsch der wohnt ja immer noch hier der wollte ja nicht weg dieser oli oh hier glaube ich war ich noch nicht drin ach toll äh alles nehmen die das wäre es jetzt noch gewesen hätten ihnen noch sogar das übersetzt klebewand und brecheisen nehme ich auch mal mit klebewand dietrich daneben so nehme ich auch gerne mit oh was liegt denn da kann ich das nehmen ne zeug kaufen pilz ach ne ok sollst du sagen pilz habe ich doch aber dann habe ich verkaufsautomat gelesen aber der verkauft ja mir nein der verkauft ja immer also macht das Sinn wo war denn hier nochmal wo es weiter ging haben die hier ich glaube hier komme ich nicht mehr so ganz lang ne ne sieht nicht gut aus muss irgendwie anders dahin ach gott ja ich erinnere mich hier war doch die glocke ne irgendwo oder nicht oder was hier oh gott jetzt muss ich überlegen ein bisschen was her dass ich hier war ich glaube ich komme da nicht mehr so ganz rein vielleicht habe ich auch gerade was übersehen wo bin ich denn jetzt gerade jetzt laufen wir zum restaurant genau das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee das hätte ja ein eimer zum putzen da die lange suche nach dem eimer und die hoffnung nebenbei noch auf was zu stoßen ansonsten muss ich mal ansonsten muss ich mal googeln wo denn ich wollte schon sagen wo denn ein eimer sein könnte so ach hier war es genau das meinte ich das war glaube ich oben rum oh Moment anziger einen Topf vielleicht Topf ne sieht nicht gut aus ah Lebensmittelvergift ja muss ich eine Pille nehmen bei oder so ach das ist auch wieder alles voll außer das hier das sind ja auch glaube ich fest gegen Spende gewesen ähm sieht schlecht aus ach ja stimmt die habe ich ja mal essen bekommen was hat er mir denn da gegeben wahrscheinlich kein ranziger Eintopf das würde er sich nicht wagen achso das war dieses Ding kann ich eigentlich auch mal weglegen oh toll was hat er mir da jetzt gegeben kann ich mal fallen lassen ach Stückiger Eintopf mhm ich hätte es mal stückig grob nicht fein geschnitten was er da reingemengt hat aber ist ja nicht schlimm ne ich geh mal zur Grabungsstelle oder weiß ich muss ungefähr dahin ach ja genau hier war's ach ja genau gucken wir uns mal die Grabungsstelle an vielleicht finden wir da noch was ganz cooles vielleicht hab ich auch Glück und finden einen Eimer ach ach hier war's wo ich den Schalter gerade gesehen habe auch nach unten bring mir einen Eimer ach hier da das kann ich jetzt auch mal dieses seltsame Gerät das kann ich mal da reinpacken Glühbirne eigentlich auch achso zum Inventar Moment die hab ich schon reingepackt ok hä wieso hab ich denn das so achso nee nee geh äh bereinigt die Forten der Wahrnehmung sag nicht ich hätte dich nicht gewöhnt verursacht gottlich Halluzination äh Fertigungszutat mhm so ok hab ich mir schon gedacht ich hämmelte das Brot nehm ich auch mal mit Fertigungszutat so ok da hab ich auch mal ein bisschen was reingepackt und jetzt genau Werkbank wollte ich mal hier gucken bitte irgendwas zum heilen Hildbalsam war Hildbalsamen Blütenblatt und das war wirklich hier hinten ich meine ich hab das hier hinten geholt natürlich kann ich nur einen machen aber immerhin einer ist besser als keiner ähm wie nennt nen nennt sich das denn hier oben ähm äh ja ach ok ach quatsch ja äh ok reisen wwbc boot wwbc wwbc ich weiß noch als ich hier das erste mal hängen geblieben bin durch so einen kleinen Minifehler und damit hat alles angefangen Kessel oh toll hätte ich das ja damals auch schon machen können ok 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 so ja nachdem ja 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 äh jetzt ja nicht hier runterfallen glaub ich hab ich aber nichts mehr zu machen ne hier war ich ja schon überall ja ich glaub mal da hin Vogelbeere ah hier liegen doch noch so ein paar ich brauch diese Balsam Balsam ja genau diese roten brauch ich also rot wie Heilung halten sie noch welche ja wunderbar hier kriege ich das ganze Heilzeugs her am Anfang achja das fand ich ziemlich gruselig am Anfang mittlerweile weiß ich dass das hier ganz normal ist keiner hat einen Eimer für mich oh die waren wir auch schon leer ne die hab ich schon genau gepündert ich war ziemlich gründlich am Anfang mit durchsuchen oh deswegen lauf ich mal weiter den das nehme ich mit also das muss ich mir merken hier gibt es ganz viel Heilzeug ich sollte was trinken ich sollte was trinken äh na ne anti erstick okay Nahrung oh ne nein trinken ja das sollte ich vielleicht nicht essen ich hab aber gar nicht mehr viel zu trinken kann das sein ich lauf mal gerade ich lauf mal gerade hier hin und dann lauf ich auf jeden Fall noch nach da oben ja 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 ganz viele Elfpflanzen aha aha gut ich lauf mal schnell zum Hooliganlager was machst du wenn die Erinnerungen zurückkommen achso achso ähm vielleicht haben die ja noch was ansonsten hau ich ab naja offener Typ für mich wo muss doch so ein Eimer sein oh Gott ja nein nein was dafür glaub ich euch alles andere alles was ihr habt ihr außer die Flasche das kann doch nicht sein dass ich hier diesen Eimer nicht mitnehmen kann oh hallo ich glaub ich hab dich mal da hingebrochen oh nein jetzt hab ich tatsächlich einen gefunden und ich kann man nicht benutzen was soll ich dazu sagen schwierig ich wechsle schon mal die Aufgabe beim nächsten Mal google ich das auf jeden Fall oder bis zum nächsten Mal genau und gut dann würde ich sagen sind wir an der Stelle am Ende einer Folge ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn wir heute nicht ganz so viel geschafft haben aber immerhin haben wir wieder Heilzeugs ähm waren nochmal bei guter Küche und genau haben ein bisschen schwarz gebranntes gemacht wenn es euch gefallen hat könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen ich würde mich darüber freuen und für diejenigen die das noch nicht gemacht haben ihr könnt mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren dann verpasst ihr keine neuen Videos und ich sag bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss tschüss